Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie man schon klar an der Stimme hören kann, bin ich nicht Torsten, eure Lieblingsflasche, sondern ich bin Yama, der coole Typ. Und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euer SNES Mini hacken könnt. Was ihr dafür braucht, ist ganz einfach. Ihr braucht einen PC, natürlich das SNES Mini und ein USB-Kabel. Was am besten das, was bei der Konsole dabei war. Und nein, ich werde nicht den PC nutzen, den ich hier gerade rausgeholt habe. Der lag gerade einfach nur rum. Am PC angekommen, schließt ihr nun euer SNES Mini an. Macht es aber noch nicht an. Außerdem müsst ihr Hacksheet CE runtergeladen haben. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr müsst das Archiv entpacken und das Programm dann erstmal starten. Ihr müsst dann hier oben, müsst ihr dann von NES auf Super NES in der Regel bei euch dann Europe umstellen. Es sei denn, ihr habt eine Importkonsole. Dann müsst ihr das entsprechende einstellen. So, wie gesagt, ihr müsst euer SNES Mini an den PC angeschlossen haben. Und dann drückt ihr den Reset-Schalter und schiebt den Power-Schalter hoch. Den Reset-Schalter haltet ihr gedrückt, bis ihr bei Windows dann den Anschluss-Sound gehört habt. Wenn das dann alles soweit gelaufen ist, dann geht ihr auf Kernel und dann geht ihr auf Installieren. So, dann fragt er euch, möchtest du den benutzerdefinierten Kernel flashen? Dann geht ihr auf Ja. So, dann macht er das. Dann legt er den Kernel in den RAM hoch. Keine Angst, der macht vorher ein Backup, beziehungsweise ist vorher ein Backup gemacht worden. Das heißt, im Notfall könnt ihr euer SNES Mini auch wiederherstellen und Hexhi deinstallieren. Der braucht jetzt seine Zeit und bis dahin müssen wir einen Moment warten. So, nachdem das fertig ist, kriegt ihr noch eine schöne Meldung, die euch sagt, dass ihr durch seid. Und ihr müsst dann auch euer SNES Mini nicht mehr in diesen speziellen Modus versetzen, sondern könnt einfach nur anschließen und den Power-Schieber nach oben schieben und danach ist alles durch. So. Und die Spieleinstallation ist natürlich dann jetzt auch ganz einfach. Ihr nehmt euch euer ROM. Wie gesagt, das muss ein US-ROM, beziehungsweise ein japanisches ROM sein. Schiebt das auf die Konsole, beziehungsweise hier in diesen Tab. Und dann würde er sagen, und dann sagt ihr hier euch im Fall von beispielsweise Secret of Evermore, möchte er den Emulator vom Drittanbieter. Wenn er euch das sagt, dann tut das. Geht auf Ja, alle. So, dann braucht er einen kurzen Moment. Und dann geht ihr auf Synchronisiere gewählte Spiele mit NES Mini, SNES Mini. Dann braucht er einen kurzen Moment. Und dann lädt er das direkt ganz unkompliziert hoch. Und das SNES Mini sollte dann in der Regel keine großartige Reaktion zeigen. In manchen Fällen bei besonders großen ROMs kann das sein, dass das SNES Mini einmal Neustart macht. Aber das ist nur bei entweder sehr großen Transfers oder bei einem sehr großen Einzel-ROM. Also das passiert in der Regel nie. Und noch ein Tipp zum Schluss. Geht doch bitte auf ein, doch das waren Einstellungen, Controller-Hacks und dann benutze Kastenkombinationen fürs Zurücksetzen. Und dann könnt ihr nämlich ohne den Reset-Schalter zurück und zurück ins Home-Menü kommen. Nämlich indem wir für ein paar Sekunden die nach unten Taste und die Select-Taste auf eurem Controller gedrückt haltet. Das ist ein cooler Hack und den würde ich auf jeden Fall zusätzlich obendrauf empfehlen. So, und nachdem ihr nun euer SNES Mini nun wieder an euren Fernseher angeschlossen habt oder an eurem Monitor, startet ihr es nun. Und dann braucht ihr euch auch nicht wundern. Ihr werdet dann einen angepassten Startbildschirm sehen, beziehungsweise einen Bildschirm, der davor stattfindet. Der wird unter anderem angezeigt, weil noch ein paar Custom-Module in den Körnel geladen werden. Und die sind eben so angepasst, dass es eben ein bisschen länger dauert. So, ihr werdet nicht direkt hier landen. Ihr werdet in eurem normalen Menü landen, mit euren normalen Spielen. Und dann müsst ihr auf den Ordner Mehrspiele gehen. Normalerweise, außerdem habt ihr was verstellt. Und seid ihr hier in eurem Ordner, da sind eure hinzugefügten Spiele. Das können so viele sein, wie ihr wollt, so viele wie der Speicher hergibt. So, in dem Fall habe ich hier Secret of Evermore hinzugefügt. Das starten wir jetzt einfach mal. Und dann sehen wir, es läuft. Und es läuft richtig. So, und wenn ihr dann wieder raus wollt, dann müsst ihr einfach bei eurem Controller diese beiden Tasten kurz gedrückt halten. Dann braucht ihr einen kurzen Moment und dann seid ihr hier wieder raus. Und dann könnt ihr das sogar tatsächlich, in dem Fall ist das ja ein Spiel, was nicht im originalen Emulator, sondern in RetroArch läuft. Für originales Spiel könnt ihr das beispielsweise mal bei F-Zero demonstrieren. Wenn das Ding denn funktionieren würde. So. Und dann hier sind wir in F-Zero. Link zeige ich hier nochmal den Controller. Und dann braucht ihr da kurz einen Moment und dann ist das wie, als ob ihr die Reset-Taste gedrückt hättet. So, das Kontrollerkabel ist weiterhin kurz, aber trotzdem ein bisschen Vorteil habt ihr damit. So, dann bedanke ich mich auch fürs Zuschauen. Ich bitte euch, schaut euch dann, wenn ihr dann hier fertig seid, schaut euch dann vielleicht auch noch das SNES Mini-Review auf meinem YouTube-Kanal an. Und dann würde ich mich dann freuen, wenn ich euch dann das nächste Mal wieder sehe. Und damit Ende. Um das dimient. Erups.